Fünf Mark, Fünf Mark, Schmuck, immer auf der Straße steht. Ich bin Wilfried aus Pupshafen, der Bordstein-Juwelier. Man kennt mich schon in Bayern, Helgoland und Trier. Seit über 20 Jahren verkauf ich täglich Schmuck. Von Boulevard zu Boulevard, um 18 Uhr ist Schluss. Ich steh immer auf der Straße und die Leute kommen im Nu. Ich kenne meine Kunden, dann schlag ich richtig zu. Tausend Frauen in Ekstase haben tierisch abgeräumt. War's in Krefeld oder Essen oder hab ich's nur geträumt. Ketten, Binge, Silberdinge, Bolt und Edelstein. So guter Schmuck, so richtig fein. Ich steh immer auf der Straße und die Leute kommen im Nu. Ich kenne meine Kunden, dann schlag ich richtig zu. Fünf Mark, Fünf Mark, Schmuck, immer auf der Straße stehen. Schmuck, 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 der Straße stehen. Ich steh immer auf der Straße und die Leute kommen im Nu. Ich kenne meine Kunden, dann schlag ich richtig zu. Ich bin Wilfried aus Gutschhafen, der Bordsteinjubelier. Man kennt mich schon in Bayern, Helmoland und Trier. Seit über 20 Jahren verkaufe ich täglich Schmuck. Von Boulevard zu Boulevard um 18 Uhr ist Schluss. Ich steh immer auf der Straße und die Leute kommen im Nu. Ich kenne meine Kunden, dann schlag ich richtig zu. Fünf Mark, Fünf Mark, Schmuck, immer auf der Straße stehen. Fünf Mark, Fünf Mark, Schmuck, immer auf der Straße stehen. Schmuck, 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 Sch